So machst du dir auf Knopfdruck gute Gefühle. Jetzt denkst du dir vielleicht, dafür muss ich doch bestimmt Drogen nehmen. Keine Sorge, das musst du nicht. Genau genommen installieren wir dir das Gefühl einfach in deinem Gehirn. Und das Beste daran ist, du kannst dich auf Knopfdruck genauso fühlen, wie an dem schönsten Tag deines Lebens. Schritt Nummer 1. Stell dir einen Moment in deinem bisherigen Leben vor, an dem du überglücklich warst. Stell dir alle Details vor. Wo warst du? Was hast du gemacht? Und wer war dabei? Und wie hast du dich gefühlt? Lass das Bild immer größer, farbiger und klarer werden und allmählich wirst du die Emotion von damals spüren. Schritt Nummer 2. Sobald das Gefühl seinen Höhepunkt erreicht, dann mach eine symbolische Geste. Zum Beispiel kannst du mit dem Daumen auf den Zeigefinger drücken. Schritt Nummer 3. Wache kurz aus deiner Traumvorstellung auf und mach etwas völlig anderes. Guck zum Beispiel einfach auf eine Uhr. Schritt Nummer 4. Wiederhole die ersten drei Schritte weitere zweimal. Jetzt kannst du das Glücksgefühl jederzeit abrufen. Das Einzige, was du noch machen darfst, ist einfach mit dem Daumen deinen Zeigefinger berühren. Ja, ich weiß, das klingt wie Magie. Und probiere es einfach aus. Und probiere es einfach was.